Herzlich Willkommen zu Let's Play FIFA Karriere, zusammen mit dem Dustin. Hallo. Heute gegen Wolfsburg. Mit Kapraffbaum wird das schon richten, ne? Gegen Wolfsburg auf Profi. Ja, ich bin eh. Oh. Ja, aber du hast wenigstens schon mal gespielt. So, Wolfsburg. Ich überlege gerade Profi. Wir können ja mal, ich würde sagen, wir stellen jetzt einmal auf Halb-Profi. Und dann schauen wir, ob das reicht. Okay. Ja, so. Okay. Wunderschöner Tag heute. Das Wetter ist schön, es ist sonnig und ich schlage eine schlechte Flanke. Ja. Ich will es nur überspringen, so. So. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballspiel. Manny Bräugmann und Frank Buschmann. Und Manny, ich kann es kaum erwarten. Ich bin rot, du bist blau. Viel Passspiel. Und heute heißt es also Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Also. Und. Nein. Scheiße. Ja, ich habe ihn wieder geholt. Pass auf, lass ihn. Nice. Kante Flanke. Viereck. Ah, hat's Spaß. Und die Kugel rauscht ins Tor aus, abstoßt ins Tor. Und diesmal haben wir uns vorgenommen, diesmal müssen drei Punkte sein. Wir sind Tabellenletzter und das ist ein bisschen scheiße. Okay. Aber das sind drei Punkte sind drin, oder? Ja, ich habe ihn. Los, den. Nein. Und der Angriff wurde gestoppt. So. Das ist natürlich ein bisschen anders zu spielen, als jetzt in meiner Ultimative-Mannschaft, aber es kann rein. Viereck. 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 Ja, genau. What the f- Ja, der Innenverteidiger. Guck mal. Ja, das ist, das ist FIFA. Das ist FIFA. Geil. Jetzt pass mal auf. Jetzt kommt unser Dribbler. Das ist unser Dribble-King. Der kann da allein durch. Kann er, wirklich? Schuss. Ah. Nein. Wenigstens haben wir jetzt einen Schuss auf dem Torschusskonto. Das sieht sich ganz erwärmend so aus. Alter, wie sie so durchtricksen. Und arbeitet einfach über... Nein. Lauter Scheißdreck, ey. Ja. Nice. Schuss. Na. Schade. Okay, ich hab ihn. Müller. Der kann schießen. Und den Ball verlieren. Ah, schade. Alter, scheiße. Wie die Farschen. Das ist Halb-Profi. Eine Niederlage wie im zweiten Spiel zu vermeiden. Ähm. Im Gegnerpass ist immer so eine Sache. Ups. Das war kein Fall. Ja, das geht's ja gleich gut los hier. Es gibt Freistoß. Ja, für dich. Was ist kurz? Brauch mich ja irgendwie geholt. Oh, lau. Oh, lau. Oh, scheiße. Diego. Lauf. Weiß ich nicht. Oder automatisch. Ja. Ja. So. Mit vier geht's. Lol. Was war das für ein geiler Pass einfach nur. Ohne Wisch. Meins ist so eine gute Mannschaft an sich, ne? Und dann werden die in FIFA so gut da unten gepatcht. Das ist ja übel. Ohne Wisch. Ohne Wisch. Und hier. Und das denn? Jawohl. Nice. Hä? Ich hab nur Kreis gedrückt. Ja, das war kein Foul, ey. Von Fussis. Wenn sie kein Fußball spielen können, ey. Sollen sie heimgehen. Lauf. 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 Jetzt. Der geht rein. Ete. Und Schuss. Das gibt's doch nicht. Alter, wie scheiße sind denn die? Ja. Ja, genau. So. Wunsch. Alter. Ein Ballverlust dieser Art dürfen sie sich einfach nicht erlauben. Was? Wir brauchen ein übelst lang, gell? Und lauf. 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 Und Schuss. Direkt Schuss. Nein. Das gibt's nicht. Ja. Scheiße. Das heißt, das stimmt so. Was für uns. Bam. Simling einfach nur. Ja. Was für ein hässliches. Ne. Es war super. Wie dumm ich euch da oben aus? Ja. Komm. Das war verdient. Eins. Zwei. Und dann rein. Richtig Spaß. Ja, wirklich. Simling. Geil. Einfach den Ball angehauen. Ich. Ne. Das war Simling. Nein. Wieso. Wieso brauchen die so gewonnen, zehn Jahre zu passen, wenn sie überhaupt mal passen. Das war Lüge. So kann Animal mit Leichtigkeit abfallen. Richtig geil. Und den Ball wieder verlieren. Toll. Der Ball hat. Daraus könnte sich eine Tollchance entwickeln. Das ist voll krass. So. Mal Torwart. So. Annehmen. LOL. Was haut denn der Scheiße den Ball weg? Und Achtung. Du bist jetzt keine Brezel. Ajoa. Ja. Alter. Ist klar. Alter. Juni. So. Du hast die Ball, ne? Nein. Doch. Welcher? Nicht in den Gegend. Lauf. Lauf. Boah. Der Pass war geil. Hä? Der ist einfach weggelaufen. Bam. Das denn? Mit Fierk in die Mitte Flanken. Das war's jetzt. Scheiße. Der Verteidiger ist auf dem Posten. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Den Abseitsentscheidung. Oh ne. Ja. Du stehst auch immer am Tausendhof Abseits. Kann das sein. Haha. Das war das witzig. So entdeckig. Bam. Ja. Und der Verteidiger verhindert Schlimmeres. Und Lauf. Kochbett. Nice. Nein. Hol dir den. Alter. Wie langsam. Wo ist der? 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 Karriere in Ultimate. Ja. Hier könnte sich eine Chance entwickeln. Ne. Hier sind ja die Orakelmänner. Lol. Ja genau. Hau weg. Boah. Krugen. Ja was war das? Was für eine klasse Tag. Ich auch. Nice. Das war gut. Absicht. Okay. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Lauf. Fierk. In die Mitte. Fierk. Nein. Nein. Ich mobbe jetzt den Torwart. Der macht keinen Abschlag. Also das war easy. Nein. Scheiße. Boah. Ja. Das war ganz faul. Das war ganz faul. Ich bin mal auf den Cheery gespannt. Ja ist einfach so. Ey. Pfff. Weißt du. Du bist du denn so ein Dribbler Junge. Alter Junge. Ja. Die mögen keinen Malz. Definitiv nicht. Du bist du. Oh du willst du spielen so gut. Ja. Und dann. Ja. Das spielt ja Wolfsburg. Nice. Oh scheiße. Ganz ehrlich. Alter was für ein Gewusel ne. Abstoß jetzt. Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Aber ich würd sagen 1-1 zur Halbzeit geht. Gegen Wolfsburg geht das Ball auch ne. Doch geht echt. Was macht der? Der hat sich verletzt. Und dabei verletzt. Ja alter das war kein Foul oder was. Ja da verletzt der nicht. Der legt auf den Boden und er heult. Ja. Und die. Hey. Ich bin auf Probefall. Hiiii. Nice. Ey was? Einfach weg 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 weg. So. Sie kommen nicht gerade mit das die Ballen. Was soll ich tun? Dann werfen sie ja doch weg. Werfen vorne. Ja. Ich könnte mir denen zutrauen. Seiii. Nein. Ja. Alles. Nach vorne. Nach vorne schnell. Ja schnell. Schnell mit Mainz ist relativ. Das hat da unten gefimmelt. Ich glaube das ist Niki. Niki ist mit Scheiße gar gestinkt. Lauf. Lauf. Okay. An der Stelle muss ich mal ganz kurz unterhalten. Das timing nicht gestimmt. Deswegen abseits. So. Weiter geht's. Mit den Speedys von. Boah. Was ein Pass Junge. Richtig. Geil einfach nur. Wisst ihr das schaffen nur die Mainzer. Ja. Wer ist jetzt? Wieso spielst du? Ja. Guck dir das mal an. Ja. Ich kann dir ganz ehrlich sagen warum ich das Spiel. Ich wollte eine nicht zu gute Mannschaft geben. War ein Fehler. Die ist nicht zu. Nubig. Gut. Super. Toller Fass. Weißt du was? Wir nehmen uns an und wir kriegen noch besser. Die Brems doch nicht ab. Die sind einfach ein bisschen scheiße. Unwitz. Ich mag ja Mainz wirklich. Aber in FIFA sind die einfach so erbärmlich scheiße. Pass. 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 Ich mag ja passen. What the fuck? Sagt der ein Vorwanderer. Joa. Warte. Ein Pass würde ich mal sagen. Schuss. Dustin. Nein. Ich wusste nicht. Hä? 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 Der war ja wohl mal Meter... ...Jahre im Aus. Boah. Warte. 10. Meter im Jahre. Meter Jahre im Aus. Genau. Der war ja wohl mal 15 Grad im Aus. Ja. Komm schon. Vorne. Hihihihi. Oprah. afa. Ihr tutoring nicht. Peter willi. Ihhihi. Thor. Wie man so schön sagt, auf Augenhöhe, ich tippe auf Unentschieden. Die sind deutlich überlegen. So, ich muss mit dem. Boah, scheiße. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Das ist der Grund, hm? Dieses. Nein, das gibt's doch nicht. Nach vorne. Lauf. Lauf und Schuss, und Schuss, und Schuss, und Schuss. Nein, das geht's immer. Moment, ganz kurze Unterbrechung, wenn wir jetzt nicht weitergucken, wir spüren einfach ein Stück vor. Jetzt guck's dir an. Wie Premium. Guck mal, der Schuss. Bam. Ah, der Schuss war schon, also, gut eingeschätzt vom Sturm auf jeden Fall. Das ist Qualität. Ich glaub, den hol ich mir in Ultimate. Der ist einfach so geil. Ja, Qualität. Schuch im Mittelfeld holen wir nicht den Ball zurück. Spielt wie Scheiß. Aber wir haben gerade schlechte Reine. Dann müssen wir sie in oben. Diego. Christoph. Ja, genau. So schlecht. Und so guten Spül. Ah, ah. Super. Ja, ja, komm. X nach vorne. Nee. Jetzt komm mal hin, ey. So, nach oben. Oben, oben, oben. Gleich passt. Schön. Zeig dir mal, wie man rennt. Postbech. Nee, jetzt pass auf. Jetzt kommt die Flanke. Geh in die Mitte. Und bleib hinterm Ball. Sonst ist es abseits. Kreuz. Kreuz. Nein. Ganz ehrlich. Und damit ist die Gefahr erstmal gebannt. Ja, darfst du ruhig sagen. Wir sind, wir mögen Offenheit. Die Penis. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechselarten. Ja, genau. Nein. Wow. Oh mein Gott, den bin ich auch im Sturm. Das ist ja unglaublich, aber ich probiere es auch nicht, wie das ging. Schneller, passen. Was denn? Was denn? Das denn? Ich will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Soto. Wo ist das? Nein, Alter, den hatte ich doch noch. Oh Gott, nein. Holt, 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 holt. Nein, Alter, das gibt's doch nicht. Christian Treschel. Oh, 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 oh. Nein. Ja, ist echt so. Und wir spielen mit denen. Das ist so. Schuss. Boah, du hast genug. Du hast da oben drauf gedrückt. Gar nicht. Das hast du. Ich hab wenig gekriegt. Gut, erstmal Salzbretel und erst den Ball verlieren. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Boah, Junge. Jetzt holt ihr den Ball. Dann klatscht nett hier rum. In die Morgenung. Habe ich vielleicht. Habe ich. Hartter Zweiker. Pass nach vorne. Gut. Schubelding. Lauf, lauf. Loll, Jan. Alter, lauf noch langsamer. Scheißspieler. Was passiert? Jo, alter, mach doch noch langsamer. Pass nach vorne. Lauf einfach weiter. Und holen dir. Alter, wie er dich blockt. Wie er dich blockt. Ich will nicht, der ist nicht. Das kann gut sein. Das ist die Gebrauch. Bam. Okay. Go, go. Nein. Oder eine gute Flanke bringen, wenn es geht. Das war ich nicht. Gut. Egal. 65. Komm, eins schießen. Komm, eins müssen wir machen. Komm schon. Zeigen, es ist noch verkön. Sauber. Sauber. Toll. Stark. Ja doch. Ich nehme her lauf. Nein. Kein Tor schießen. Nicht verhindern. Nein. Alter. Ich nehme die Wüse. Lauf. Was ist ein Pass? Premium. Alter, das hat mir das geil gemacht. So. Lauf. Was tust du? Lass da. Schieß. Hä? Kosten geil. What the? Deutlich. Ganz deutliches Abseits. Deutlich. Also, klarer geht nicht. Das hätte ich auch zu sehen. Spasti. Wow. Wow. Das ist nicht gut. Das ist gut. Lauf. Einfach laufen. Nein, nicht in den Weg. Das hat immer so seine Nachteile. Aber jetzt lauf. An der Linie. Oder so. Jetzt kommt der Dribbler Simbling. Ah. Scheiß, Ju. Wir müssen jetzt ein Tor schießen. Dringend. Fickst nicht. Oh nein. Das ist jetzt die Ballbesitzstatistik. Aber von einem Vorteil für irgendeinen hier zu sprechen. Nein, das geht nicht. Lauf. 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 Nein. Ist doch ein Witz. Diego. Ja. Was du. Das ist. Na. Genau. Ja, lass mich. Lauf. Joa, was ist das denn? Applaus für den Torwart. Sehr gut. Es steht ja nur, dass man dabei war. Ich meine im Trainer gehörte Schlagzeug. Ich meine im Ernst, guck es dir an. Ich stopp und schieße es. Ich spasse es dir. So, komm jetzt. Ich zeig dir das. Zeig dir das. Zeig dir das. Zeig dir das. Ich zeig dir das. Ich zeig dir das. Ja, das war doch kein Foul. Ach, du bist auch so ein Foul. 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 Ja, Flanke. Jetzt kommt eine Flanke. Du bist auch so ein Foul. Und... Oh! Oh! Was ne geile Flanke. Einfach nur. Komm schon. Komm schon. Ich schieße es nicht. Ja, schieße es nicht. Ja, schieße es nicht. Oh, schieße es nicht. Ja, na also. Guck mal, den jubelt das Geil. Ach, der kann ja nicht das zu scheiße. So, bleib. Die können alle nichts. Die können einfach nicht, weil sie zu scheiße sind. Was machen die im Training? Keine Seltestand. Okay, komm, eins kriegen wir noch. Wir sind jetzt so... ...bam, bam. Nice, toll. Wie gut die sind. So... Was war das denn schon wieder? Da mach keiner Lustwerke beim Eins. Oh Mann! Nach vorne! So, jetzt letzter Finale, der Angriff. Nice! Nein, das gibt das! NööööhEN. Ja, ich hab ihn. Lass den! Nicht den Gegner laufen! Wieso wählst du dir diese Mannschaft aus? Weil ich dachte... Nein, du dachtest, die wären gut! Die haben vier Sterne! Okay, lauf! Hier, hier! Nice! Danke! What the fuck! Ah, gut! Gut! Stark! Das sind ja tolle Spieler! Super! Super! Alter! Die Spieler sind so scheiße! Ich erkämpfe zweimal den Ball, den gehen wieder ins Aus! Grenn doch nochmal! Komm, nochmal, oder? Der dergt den gerade ins Aus! Nein, leider nicht! Komm, jetzt! Ah! Oh, ich hab unten noch Blownies im Backofen! Nein! Kein Tor! Kein Tor! Oh, das war nicht! Das war nicht gefangen! Aber hier ist jetzt erstmal Endstation! Okay! Soto! Achtung! Hier war's nicht vielleicht... Wieso läufst du's zurück? Weil ich im Umseitsstand! 7. 80. Komm, ich geh jetzt auch voll offensiv! Das muss jetzt einfach nur drei Punkte her! Ein Punkt reicht uns nicht! Was? Das ist jetzt unwichtig, das denn! Meins ist richtig! Neiiiiiii! Scheiße! Ich laufe mit dir mit! Ich probiere schneller! Bumm! Und die Absicht! Das war alter! Der hat sich noch mit Absicht! Junge, der hat sich hinfallen lassen! Der denkt doch wieder! Verwaschen! Oh, damit hat sie nicht gerechnet! Papas Schnauze! Jetzt! Nach vorne! Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne! Aber nicht ins Abseits! Bitte! Nicht ins Abseits! Geh in die Mitte! Geh in die Mitte! In die Mitte! Nein! Nein! Da steht's! Jetzt! Und! Das ist ein Witz! Ja, irgendwie, ne? Ich stell' auf ganz offensiv! Wozu? Damit niemand vorne ist! Ja, hier könnte sich eine Schausse entwicklen! Nach vorne nochmal! Nach dem letzten Angriff! Toll! Stark! Das ist super gemacht! Oh Mann! Boah! Alter! Weißt du? Bei meiner Mannschaft beleuchtet so gut! Ich zock' Mannschaften auf Legende ab! Und dann geht's nach vorne! Nach vorne! Nach vorne! Was denn? Wir haben! Okay! Warte! Wähl' mal den da aus! Geh doch! Warte! Mach mal! Äh... Den da! Den mit dem anderen! Nach rechts! Ah! Scheiß drauf! Ich pass' mir das an! Warte! Lauf' einfach entgegen! Was ist für dich entgegenlaufen? Nicht schießen! Ja! Nein! Das war... Mua! Okay! Zweites Mal gegen Wolfsburg ist gar nicht so schlecht! Nein! Ist gar nicht so schlecht! Geht schlecht! Ähm! Das sind dein Fazit! Ja! Meins ist echt schlecht! Also... Liebe Zuschauer! Wir haben ein tolles Spiel gesehen! Oh man! Wir waren so überlegen! Mein Name ist Manni Bräugmann! Bis bald! Tschüss! Schade! Schade! Also dann! Danke fürs Zuschauen Leute! Bis zur nächsten Folge! Schaut euch auch die anderen Videos an! Abonnieren! Wenn es euch gefallen hat! Daumen hoch! Und! Auf was uns ganz wichtig ist! Schreibt in die Kommentare was man besser machen kann! Wie man spielen muss! Bla bla bla! Tipps! Alles in die Kommentare! Ich lese sie gerne! Macht gerne bla bla! Ja! Ciao! Bis tschüss!